Halli hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Zelda Boy Chronicles 3 Wenn euch das Video gefällt dann lasst ein Abo und ein Like da Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Halli hallo ne Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zelda Boy Chronicles 3 Im letzten Mal hatten wir eine echt lange Filmsequenz vor uns Haben das Ende von Mio gesehen Also Mio ist ja Da gestorben Hat sie ihre Wiederkehr Ich bin immer noch nicht dabei einverstanden Wenn es eine Möglichkeit gäbe sie zurück zu holen sofort nehmen Auf jeden Fall Ich wende mit einer weiteren Filmsequenz sobald ich jetzt hier auf Ja drücke und gespeichert habe Deswegen packe ich mich jetzt aus dem Bild Und was auch immer jetzt kommt Sehen wir uns mal wieder gemeinsam an Ich bin immer noch nicht dabei Wo bin ich? Wo bin ich? Wo sind wir denn hier gelandet? Äh... Aufs Licht zugehen oder vom Licht weg? Wo bin ich? 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 Wir haben endlich geschafft, die Ouroboros-Stone! Wo bin ich? 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 Ja, definitiv! Drei mehr Monate. Das ist alles, was wir brauchen. Wo bin ich? Mio... So ... so impotent. Did you really think you could stem the tide with the paltry power that you possess? Oh, you who floats in the currents, you must yield, abandon all you are. Morning. You really should have dozed a while longer. Oh, good morning. Wanna eat? Wait, I forgot you don't like to eat right after waking. No, I'll have some. Tomorrow's the day. The final battle against Mobius. We've come a long way to get here. Now it'll finally be over. It's fine. I've got three whole days. Three days is plenty. I'm sure we'll be golden. Oh, you who floats in the currents. You must yield. Did I not tell you? Yield what? How many times has it been now? Leo, please, no. I can't. The world. I wanted to change it. For whose sake? I did it for her. But you ran away. Okay. He's trapped with me. He's bullied me all the time. Noah, how can you betray us like this? We've trapped you. We've followed you for all this time. Noah, how can you betray us like this? He's just gonna abandon us? You have the Ouroboros phone now. What the fuck you think is? He's trapped with me. He's followed you for all this time. Noah! Noah! Where did you go? Noah! 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 Das war's für dich. Aber mit Zeit, du verändertst dich. Es ist dein Geist, dein Geist, nicht wahr? Du wirst den Weg nach einem neuen Welt, einen neuen Weg zu leben. Das ist ein Geist, dein Geist, dein Geist. Das ist ein Geist, dein Geist. Er ist einfach wie Vater. Ich würde sagen, Mama. Unsere Hoffnung und Wälder wurden in einer kleinen Person. Du wirst den Weg nach einem neuen Welt, einen neuen Weg zu leben. Ja. Was über seinen Namen? Ich glaube, ich glaube, dass wir nie einen agreement haben. Das ist dein Geist. Du bist gut an Namen, nicht wahr? Nein, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich nicht. Ich dachte, du sagst das. Genau. Ich mache das. Okay? Das ist das, was wir ihn anwenden. Amen. Amen. I hope... I hope that the future will be kinder to you. Neo. I hope that the future will be the future. Neo. 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 Es wird immer in dir sein. Du wirst niemals alleine sein. Dinge werden schwer. Du wirst schulden. Du hast ein whole host of Dinge zu durch, als du in der Zukunft wirst. Ein Zeit wird kommen, wenn du auf dem Weg geben kannst. Aber du musst weitergehen. Mach Freunde. Dein Sie immer zu dir. Das ist das, was Vater und Mutter gemacht haben. Wir sind mit dir. Jetzt und für immer. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Warum bin ich so? Warum bin ich so? Das ist ein anderes du. Das ist wie er war. Ein anderes ich. Du aus dem Vergangen. Ich aus dem Vergangen. Ich aus dem Vergangen. Ich aus dem Vergangen. Und dann. Du hast deine Wahl gemacht. im Übrigen. Ich versuch gerade, ähm, größtmöglich, die in den Sequenzen zu halten, aber ich finde es schon interessant. Im frühen Leben hat Noah und Mio sogar ein Kind gemeinsam. und ich glaube jetzt erfahren wir wie es möglich sein kann dass es nur normal und als möbius gibt irgendwas in der richtung erfahren wir jetzt so viel verspannt hier gerade die hintergrundgeschichte habe you wish would last forever have you never pray that time would simply stop so 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 there are two roads set before every individual the left the right what lies down the road you choose is it hope or despair it repeats and repeats as you make countless endless choices you too like everyone have been making them all along if the results satisfy that is well and good but if they do not satisfy what then will you weep battered by grief or howl seething with rage have you never prayed that time would simply stop have you wished the now would last forever your two lives thriving and persisting far beyond homecoming surpassing the system of the world i was fascinated even beguiled by you my name is zed the ruler of this world i shall grant your desire you so you have chosen then the end Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist wichtig für mich als Lands und Uni oder Joran. Noah, oder du gehen? Was? Ich? Ich bin gut hier. Chris? Was bedeutet, du bist gut? Danke. Was? 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 Was bedeutet das, die zwei von dir zu tun, also derjenige, der zu sterben ist? Ahhhh! 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 Warum, Mio? Warum würde du das für mich machen? Du sagst du bist bei meinem Seite. Mio! All ich habe... Ich habe für dich! Du musst wissen. The andere Mio... sie können nicht mehr folgen. Sie können nicht weitergehen. Los geht's! Was du sehen? Das sind unsere Erinnerungen. Es geht weiter, unerhörter, seit der Welt aufgenommen wurde. Ein lange Zeit. Erinnerungen von mir und ihm. Warum du mir das zeigen? Du bist. Nein. Du bist meine Erinnerung. Erinnerung? Wie ich wollte uns sein. Du steigst alle unsere Hoffnung, unsere Träume, wie dieser Welt sein sollte. Selbst wenn du und deine Freunde noch nie hätte existiert, der Fall, dass du hier bist, ist genug proof. Also du... dass du mir leben kannst. Aber wenn du mit dem, wirst du... Für mein Noah, der Zeit mit mir ist alles. Ich wollte es... enden. Mobius, wie ich. Wir können nur existieren, indem wir die Säulen von denen, die diese Welt grüßen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir schärzen uns, mit jedem Ember. Nur um zu verlassen unsere innere Ruhe. Das ist das, warum du zuerst will. Wenn ich sterbe, vielleicht sieht er. Vielleicht kann er irgendwie Wenn du jetzt wissen, was ich wünschst. Das wäre genug. Das wäre genug. Das wäre genug. Das wäre genug. Ich würde sagen, wir uns zu gehen. Wir müssen 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 uns zu gehen. Und, N und M sind andere Versionen von Noah und Mio. Die andere Me. Sie hat alle ihre Erinnerungen auf mich. So dass ich alles mit dir mit dir. Ich habe alles mit dir. Ich muss wissen, wie du das kannst? Warum bist du auf der Seite? Was bist du? Ich habe ihn mit diesen Händen. Das Gefühl. Das Emotion. Das Emotion. Es war keine Illusion. Und, noch einmal bist du Möbius. Harvesting Menschen. Without even batting an eye. Ich möchte wissen, warum. Ist es nicht ein Träß in dir, von deinen alten Gefühlen? Weil, wenn es sogar ein Gefühlen gab... Gefühlen, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Du hast dich total aus. Ja, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Aber jetzt ist es alles weg. Wenn sie wirklich weg ist, werde ich alles wiederholen. Schau mich! Rewind unsere Zeit, zurück zum Anfang! Noah, mein langer Shadow. Du hast sie weg von mir stolen. Ich werde dich verletzen und sie zurückziehen. Mio ist meine. Sie ist nicht deine. Sie ist meine. Sie sind nichts. Sie ist nur zu mir. Sie ist nur zu mir. Die Worte werden es nicht verletzen. Ich kann ihn nicht verletzen. Mio! 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 Mio. Mio! Mio. 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 Ich will nicht die Tehre-Reunion bis später. Der Blut ist glaring, und er sieht schuldig. Ich kann mehr oder weniger verstehen, was hier passiert. Aber du solltest die Details später erklären. Ja, absolut. Wenn die Worten nicht mit ihm kommen, gibt es nur ein Weg für uns. Nein, wir können das nicht weitergehen. Mio! Ja, ich bin bereit, wenn du bist. Ich bin bereit. They're interlinking? No way! No... Can't be. Warum ist das Power nicht soocht? Du bist vor selbst, Ex. Los geht's! Eng! Komm schon, sie zerstören! Sie können sie nicht zurückkehren. Sie können ihre Säulen in den Ständen nehmen. Ich nehme Sie nicht von Ihnen ordentlichen. Aber Mobius ist das Weltkrieg. Es kann nur nur eine mich sein, und ich bin es! Ich nehme Sie zurück. Ich nehme Sie zurück, meine Mieter. Und all die stehen in meiner Nähe. Jetzt ist der Aschtritt. Den langverdienten Arschtritt. Aber schön, dass unsere Mio noch lebt. Das freut mich wahnsinnig, ne? Die Musik ist gerade übrigens wunderschön. Unglaublich, dass sie die Körper getauscht haben, damit die Mio von jetzt überleben kann. Das ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Das erklärt so ein bisschen auch, warum die während des Kampfes geweinten hatte, die eine. Also die falsche Mio. Naja, jetzt richtige Mio. Das erklärt das. Die, ich mache mir so fertig N. Ich finde es auch schön, dass in der alten Mio trotzdem noch ein guter Wille vorhanden war. Also ich finde das mega traurig mit der vorherigen Mio. Ich warte noch, bis ich Synchro 3 zur Verfügung habe. Und vor allen Dingen, die wiederbelebt ist. Oder wir nutzen das. So Leute, ich habe übelst auf den Putz gehauen. Ihn machen wir jetzt. Lang. Lang. Viel hält er nicht mehr aus. Down with ya. Dann wird er nicht mehr aus. Die Wurde von Origen. Du bist alles zu Ende. Du bist zu Ende Mobius, der Binnacle des Lebens. Das ganze Welt! Wenn der Welt unsere Leben zurückhältst, werde ich es enden! Es ist einfach so! Es ist nicht möglich. Ich versuchte. Wir versuchten, um den Weg zu gehen und verletzten wir! Du bist voll von verdammt! Du hast nie versucht, du bist nur ein wunderschön! Was hast du... Wenn du das gemeint hast, hast du einen Weg gefunden, aber du hast nicht sogar versucht, um den Effort zu machen? Du hast? Du bist! So was du in der Welt und der Lichter? Aaaaaaahhhhhh! 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 Anne, du weißt, warum sie mit mir verabschiedet hat? Sie fühlte sich verabschiedet. Und du, du hast sie da. Sie verabschiedet ihr Leben nach und nach und nach, für eine Eternation von Kontrollen. Sie nennt es Kontrollen? Sie hat nie wirklich etwas wie das. Sie hat nur, sie will sie ihre preciousen Tage zusammen mit dir. Sie sollte ihr das geben. Ist das, warum sie ihr Leben hat? Ist das, warum sie mich verabschiedet hat? Das ist nicht die Reaktion. Sie hat sie verabschiedet. Sie hat sie immer wissen, dass sie deine Reaktion hat. Alles, was sie wollte, war zu enden deine Misere. Das ist die Grund, warum sie mir das Leben hat. Ich werde diese Welt hinterlassen. Sie wollte dich erzählen. Sie wollte dich nicht immer noch. Sie wollte mich da mit dir. Und so hat sie mich hinterlassen. Sie würde das tun! Wie können wir uns jetzt zusammen sein? Sie sind jetzt weg. Sie sind weg von der Welt. Was ist das Problem? Sie hat sie gemacht. Sie hat sie gemacht. Sie wenden sie zu. Sie wissen sie, oder? Warum? Warum ist nichts zu verstehen? Sie hat sich nicht gegen die Welt zu verabschieden? Sie hat es gemacht. Sie hat es, aber sie verabschiedetze. Sie hat sich verloren. Es ist, wie sich die Reaktion hinzunehmen. Oh well. In that case. Is that what she really was knew it it's the same as with Kevis we've got a winner in Kevin's case it was all a bit toothless huh But this time there will be no escape Lucky seven techniken Okay 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 Dann nehme ich mal das Schwert ne Wie Ich lese gerade die techniken durch Tempo unbesiegbar Halleluja Bei kritischen kp Sofortiger kill Ja ich sie mit mir und die lang geflogen Finale Lucky Setten Wie Wie Kann ich das auch in der Angriffskette nutzen Also ich muss das Ich nutze die Angriffskette sobald ich An dem Punkt angekommen bin Ich glaube ich kann es nicht verhindern dass der heutige Part ein bisschen länger ist Tut mir leid Leute Bei den anderen Parts konnte ich wenigstens an irgendeiner Stelle zumindest sagen Feierabend Entschuldigung Leute Entschuldigung Leute Entschuldigung mich dafür dass die Folge heute definitiv länger ist An diesem Punkt An dem Punkt An dem Punkt hey dieses unendliche schwer braucht ewig lang ich werde es von anders testen machen wir hier kurzen prozess leute und zwar damit so with one below that sword guess there's no mistaking it where does a rat like him get that Was? 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 Tell me. Do you know the phrase, Last laugh? Admittedly, you probably won't find this very funny. But I will. See how you like this! Und ein Annihilator? Es gab einen in Agnes auch. Wir haben einen anderen Winner. Warte, was du sogar noch schießt? Du willst wissen den target? Es ist hier. Die Stadt. Wie haben sie es sogar gefunden? Du hast es nicht. Ich dachte, dass das mystery ist. Du schweig! Du hast sogar sogar die Stadt verdient! Was für die Hölle wissen Sie? Du träumst, um zu leben, deine Tage zu spüren! Du willst, um den naturalen Weg zu leben! All that shite is a right afforded only to the powerful! What about those who can't live in peace, huh? Are they meant to survive in all this chaos until the very day they die? I have not one thing to my name. I don't even have the power to choose. Screw it. For all I care, all of this can go to hell! Shania, please. Whichever way you lot want to slide this, your lives are in our grasp. I will teach you the meaning of regret and reap you like so much rotten grain! ZAAAN! 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 Bitte, nein! Die Stadt! Es ist alles meine Schuld. Ich dachte nicht, dass sie einen Barsch auf ihren Schlafen haben. Ich bin nicht interessiert. Es ist okay. Was? Was? Let's miss this from City! Incoming! Wer ist das? Ahoy! Das ist das? Die Musik? Kondor? Ich denke, es ist das Barsch. Gondor! Du bist okay? Das war meine Länge! Es sieht aus, dass alles funktioniert hier auch. Sie... Ja. Wenn sie uns nicht in, wären wir jetzt auf Shit Creek. Genau. Mio... Monika und die anderen? Die Frau ist okay, auch. Die Stadt ist jetzt hier. Underneath der Welt? Wie ist das möglich? Die Stadt ist eigentlich eine massive Barsch-Baronne. Wenn wir so fühlen, können wir es zu irgendwelchen in der Welt. Das ist einfach wunderschön. Ich dachte, es war nur eine über-sitzende Kolonie. Das war nicht genau das Wunderschön. Die Frau und ich wissen. Und ein paar andere. Das ist es. Wir mussten sicher sein. Die Frau ist sicher. So dass ein schwebter Schmerzer nicht in uns wäre. Schmerzer... Okay, ich werde nicht fragen, warum. Ich glaube, ich weiß die Grund. Aber wenn es das, was ich denke, dann kann ich das überhaupt nicht verstehen. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, die Stadt hätte ich nicht verletzt können. Ja, bevor wir fertig sind, du sagst mir alles, was ich will wissen. Shania. Es sind deine Augen, das Schreie. Du hast immer mich so gesehen gesehen. Why? Why did it have to be like this? Why is it always me, standing here on my own? Shania. I've had it. I've had it up to here. Shania! Drop it! This isn't what I meant by Dad! Don't best understand. This is... This is the beginning! Shania! Shania! Are you ready, Senna? Noah. This is the fate that Shania chose. It isn't the end. Like she said herself, this is the beginning. Come on. Hope you get. I don't know if it'll reach her. But still, Senna will do all we can. Hmm. Hmm. Okay, was auch immer da gerade sich alles aktualisiert. Das schieben wir jetzt alles mal nach hinten. Also, zuallererst nochmals heilfroh, dass Mio jetzt doch am Leben ist. Mit neuen Kräften sogar. Wie es scheint. Mit Shania, das ist ein bisschen schade. Ich finde, die hätte da... ...ne andere Strafe eher verdient gehabt, als sich selber das Leben zu nehmen. Also, keine Ahnung, warum genau sie sich jetzt das Leben genommen hat. Also, ich kann ihren Gedankengang da irgendwie nicht nachvollziehen. Also, ein bisschen habe ich es irgendwie rausverstanden, aber... ...wirklich komplett verstanden habe ich es nicht. Auf jeden Fall, Leute. Der Part geht bei mir jetzt fast eine Stunde. Ich glaube, wenn ich jetzt hier gleich beende, äh, sogar genau bei der Stunde angekommen. Ich sage einfach, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bei der Part ging jetzt wirklich viel zu lange. Ich sage mal, ciao und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.